Wer will da noch ins Kino? Pamela Anderson mitten in Cannes. Nackt, jedenfalls so gut wie ein Paparazzi-Paradies. Und das klingt so. Oh, merci Pam, merci. I love you. Just a damn, Pam. Doch nun mal ernsthaft, was war da los? Zur Erklärung, das Ganze war ein Magazin-Fotoshooting, das Pamela Anderson offenbar in vollsten Zügen genoss. Mit großem Trara kam sie. Hier lebt das Gefühl vom Besonderen noch immer. Hier ist es aufregend, verrucht und wie im Moment. Da hat Mami dann Zeit für Pin-Up-Posen im Freien und das kann einfach keine so wie sie. Fragen Sie mal die Paparazzi. Oh, merci Pam, merci.